Heute möchte ich euch zeigen, wie mein Mega-Matt-Versiegler aus der Diamond-Schein-Linie von Trendnails funktioniert. Ich habe die beiden Tipps gerade für eine Kundin gemacht, habe es ihr vorgeführt und die hat natürlich jetzt sofort sich schockverliebt und hat gesagt, zum ersten Mal in ihrem Leben kann sie sich Nageldesign in Matt vorstellen. Wie der Ganze funktioniert, zeige ich euch. Ich nehme jetzt einen High Gloss Versiegler und werde das Ganze jetzt für euch nochmal glänzend machen. Das Ganze gebe ich jetzt für 30 Sekunden in die Lampe. Bis zum nächsten Mal. So, ihr habt jetzt gesehen, dieser Mega-Glanz ist jetzt drauf. Jetzt kommt mein absoluter Mega-Versiegler. Mega-Glanz ist jetzt drauf. Beobachtet mal, was passiert, wenn ich euch näher ranhole in der Lampe. So könnt ihr es, glaube ich, am besten sehen. Jetzt ziehen wir das Teil einfach noch ein Stück nach vorne. So, und jetzt passt mal auf. Ich mache nichts anderes als das, was ich gerade eben gemacht habe. Das waren jetzt nur wenige Sekunden. Jetzt guckt euch mal das Endergebnis an. Das ist der Grund, warum der Matt-Versiegler No-Wipe-Top-Code aus der Diamond-Shine-Linie von Trendnails mein absoluter Nonplusultra-Versiegler für Mattes ist. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.